So, das haben sie hier jahrelang gemacht. Das ist dieser sogenannte Maschinenkopf, glaube ich. Gut, okay, das ist jetzt der zweite Teil, weil meine Speicherkarte gut deswegen kann ich jetzt noch mal eins dazu sagen, hier diese Bunkeranlagen, ich weiß nicht, ob die wieder geöffnet wurden oder nicht, ich weiß ja nicht, wer hier der Maulwurf ist, mit dem Grabe nicht und Grabe doch. Und diese ganzen Sile und ehemaligen Tunneleingänge wurden eigentlich mal gesperrt, aber kann natürlich auch sein, dass sie von der anderen Seite wieder geöffnet wurden. Und dann sackt das Haus sowieso ab, da die Stabilität dann auch nochmal fehlt, weil diese ganze Tunnelanlage mit dem Gleisverkehr, diese Gleise führen direkt in das Krankenhaus. Und deswegen kann ich den goldenen Reiter hier irgendwie auch nicht mehr leiden, weil ja, wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, dass die Blitzableiter als Ableger schon auf das Dach verfrachtet wurden und die eigentlich von der Stromanlage ausgehen. Und das ganz bestimmt nichts mit der inneren Sicherheit zu tun hatte oder hat. Deswegen ist es, und bleibt es derselbe Kuhkopf hier, der irgendwie enormen Stress macht. Wenn also jemand behauptet, ich wäre hier Wirtschaft schädigend, kann ich das eigentlich nur zurückgeben. Durch die Umverteilung der Gelder und den Leitungen jetzt noch unter der Brücke und eigentlich massiven Erpressungsversuchen wegen sowas. Und da irgendwie das Europäische Parlament mit einzufügen, hat mit Tourismus irgendwie herzlich wenig zu tun. Gut, das war jetzt die Antwort an ZDF und ZDF mich doch bitte nicht mehr, Alter, weil irgendwie bin ich auch nicht ein Einzelmännchen. Tut mir leid. Ich finde das fragwürdig, was die hier tun. Nö, mit Olympia weiß ich jetzt auch nicht, wie sie irgendwie darauf gekommen sind, damals sie hin zum Kunst in der Innenstadt an die Olympia-Tafel zu binden. Ich hatte damit eigentlich gar nichts zu tun, deswegen war ich doppelt und dreifach genervt. Aber sie bauen das jetzt so, angeblich für Rammstein. Und deswegen konnte ich sie irgendwie alle nicht so gut leiden, wenn sie hier veranstalten. Gut, dann bis dann. Tschüss.